Herzlich willkommen, liebe Tester-Community, zu einer neuen Folge der Agile Testbar. Wir sind heute hier der Markus und der Sebastian und wir wollen heute über Lasttest mit Open-Source-Tools reden und dafür haben wir einen Gast eingeladen, nämlich Moritz Salein. Herzlich willkommen, Moritz. Schön, dass du gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, ganz kurz zu sagen, was du uns heute zum Thema Lasttest mit Open-Source-Tools erzählen willst. Ich möchte gerne auf die Open-Source-Tools im Allgemeinen eingehen, aber im Speziellen auf JMeter, weil es ein sehr bekanntes Tool ist, über die Skalierung in der Cloud, über unser Produkt Qload und natürlich immer wieder über allgemeine Ansätze und Methoden sprechen. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema reingehen, wäre es schön, Moritz, wenn du noch ein paar Worte zu dir sagen könntest. Ich bin seit über zwölf Jahren im Software-Testen mit unterschiedlichen Rollen unterwegs, von den einfachen Testaufgaben über das Testmanagement, aber auch Testautomatisierung und jetzt seit zwei Jahren bei der Getera und hier sehr häufig für Last- und Performance-Testprojekte im Einsatz. Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir etwas tiefer ins Thema rein. Wir haben erstmal eine ganz allgemeine Frage. Was versteht man eigentlich unter Last- bzw. Performance-Tests? Über Last- und Performance-Tests versteht man nicht-funktionale Tests, die es prüfen sollen, ob eine gewisse Anzahl von Benutzern oder von Services mit der Applikation oder mit dem System reden können und so die Anforderungen, die explizit oder manchmal implizit existieren, dann abdecken. Das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo man so Last- und Performance-Tests durchführen sollte? Zum Beispiel eine neue Applikation soll live gehen und zeigt schon bei wenigen Benutzern schlechte User Experience. Anderes Beispiel wäre, ein bestehendes System soll von einer physikalischen Hardware virtualisiert werden oder ein weiteres wäre, ein Bestandssystem soll mit einer weiteren hohen Anzahl von Usern bestückt werden und dann ist unglaublich, diese Infrastruktur und der Service diese verkraften und dann wäre es angebracht, Last- und Performance-Tests durchzuführen. Warum sollte man aber jetzt Last- und Performance-Tests mit Open-Source-Tools durchführen? Es ist ja ein klaren Vorteil an den geringen Kosten, da die Lizenzierung wegfällt, aber inzwischen auch die Stabilität der Last- und Performance-Tests-Tools ist sehr gut. Und es gibt eine große Community, die dahinter steckt, die bei Fragen schnell und qualifiziert antworten können. Was gibt es denn so für Open-Source-Tools für Last-Tests und über welche sprechen wir heute? Ich kenne so Lowcast, Gatling, Grinder, Jmeter, Taurus, K6, aber auch Cloud-Lösungen wie auch von K6 oder Blazemeter, Octoperf, die für den Einstieg kostenlose Accounts anbieten. Ich würde hier im Podcast primär über Jmeter sprechen wollen, dass es eigentlich die höchste Marktdurchdüngung zeigt. Wie kann man jetzt Open-Source-Tools in der Cloud nutzen? Ich sehe da drei Möglichkeiten. Entweder so auf VMs oder Docker-Containern, vielleicht auch skaliert über Kubernetes zu arbeiten, oder hier natürlich eine hohe Integration in Build-Pipelines, wo das auch sehr ergänzt wird durch Dockerisierung oder Kubernetes. Und dann auf jeden Fall die große Anzahl von den System-as-a-Service-Anbietern wie Blazemeter, Octoperf. Was braucht man denn jetzt so alles für Komponenten, wenn man eine Lösung für Last-Tests mit Open-Source-Tools in der Cloud entwickeln möchte? Also ich sehe hier eine Umgebung zur Skriptentwicklung bzw. Aufzeichnung, dann eine Ausführungsplattform mit Agenten, wo man auch skalieren kann und dann natürlich eine Speicherung der aufgezeichneten Daten und ein Reporting, das dahinter steht. Welche Grenzen bestehen denn bei Last-Tests in der Cloud? Und vielleicht kann man ja die Grenzen nochmal konzeptionell und technisch unterscheiden. Genau, so beim Konzeptionellen sehe ich halt die Beurteilung der Szenarien, welche Last sie bedeuten. Also man muss halt hier wirklich analysieren können oder feststellen können, wie das Szenario dann Auswirkungen hat auf die Last. Beispielsweise ein Video belastet ja zum Beispiel stärker die Netzwerkstrecke, weniger den Server, wenn ich das runterladen würde. Aber anders wäre zum Beispiel ein dynamischer Inhalt, der die Datenbank belastet und damit den Server und vielleicht dann weniger die Netzwerkstrecke. Technischer Art, gerade so Netzwerkbandbreiten, also wie leistungsfähig zum Beispiel meine Anbindung VPN oder das Internet ist. Aber auch hier sehe ich halt Schwankungen in der Art und Weise, wie wir parallel gegen die Systeme testen. Und da müssen wir halt gucken, dass wir hier skalieren und schauen, dass wir vielleicht Agenten paralysieren. Ja, so in technischen sehe ich eher so auch Netzwerkbandbreiten, die gerade VPN oder die Leistung der Lastagenden, die beeinflussen die Messungen und bei den Lastagenden halt gerade kann man gut durch Parallelität dagegen steuern. Und da sehe ich halt auch so Möglichkeiten in Lösungen von über 30 oder 80 Agenden, die ich in der Vergangenheit erreichen konnte. Was bedeuten denn 30 bis 80 Agenten? Ist das jetzt viel oder wenig? Also was kann man sich darunter vorstellen? Ja, wenn ich mal hier eine Rechnung aufmachen möchte für ein Szenario, das zum Beispiel 100 User Threads bietet, also die ich dann parallel ausführen kann durch die mehreren Agenten, dann müsste ich ja, wenn ein Szenario so eine Sekunde nur laufen würde, würde ich dann also 100 User Threads mal 30 Clients zum Beispiel oder Agenten und die mal eine Minute, also 60 Sekunden, dann hätte ich 1800 Zugriffe, die ich simulieren würde. Und das sind halt schon relativ hohe Zahlen für Systeme. So, wir haben ja von verschiedenen Lasttest-Tools geredet. Jetzt wollen wir uns mit G-Meter näher befassen. Was sind denn deiner Ansicht nach die Gründe für den Erfolg von G-Meter? Ich sehe hier im Grunde drei Gründe. Das wäre zum einen die Plattformunabhängigkeit. Also man kann ja durch die Java-Basis das auf nahezu allen Betriebssystemen ausführen oder in Docker-Containern zum Laufen zu bringen. Ich sehe auch die große Community und die Stützung dahinter. Also es gibt halt eine langjährige Entwicklung von G-Meter, die es schon einige Jahre gibt, die hervorragende Doku, die Community, die Support bietet. Und letztendlich sitzen dahinter auch teilweise sehr große namhafte Hersteller, die dieses Projekt finanziell und in Ressourcen unterstützt. Und als drittes sehe ich so die Erweiterbarkeit und die Ercreerbarkeit. Also G-Meter hat eine Plugin-Architektur. Dort kann ich für alle Problemstellungen Plugins finden und sehr gut in den Bildprozess integrieren. Das heißt, das ist halt die Voraussetzung für mich, dass ich eine CICD- oder DevOps-Integration bekomme. Ja, ich kann dazu sagen, dass mir als jemand, der jetzt sehr frisch in das Thema Lasttests eingestiegen ist, der Einstieg mit G-Meter auch sehr, sehr leicht gefallen ist wegen der fantastischen Dokumentation. Also es war sehr einfach, innerhalb von 10, 15 Minuten die ersten kleinen Webseiten zu testen. Die ist natürlich noch in einem sehr kleinen Maßstab. Und man muss sich viel Zeit nehmen, in die Optionen einzusteigen. Aber es ist wirklich ein ausgezeichnetes Plugin. Habt ihr auch Erfahrungen mit Fehlern in G-Meter? Wie geht ihr mit diesen um? Also ich habe in den letzten Jahren kaum Fehler in G-Meter festgestellt. Aber so ein bisschen mit den Problemen des Java Virtual Machine zu kämpfen gehabt. Also die Ressourcen-Hungrigkeit dieses Java Virtual Machine. Das heißt, da haben wir halt viel am Anfang dazulernen müssen, wie Java-basierte Programme funktionieren. Aber eine ganz besondere Situation erinnere ich mich mit diesem Log4Shell-Fehler, der Ende letzten Jahres stattfand. Da war aber die Lücke, die da durchgeschlossen werden sollte, schon in G-Meter nach sechs Tagen gefixt. Also die waren da sehr schnell am Reagieren. Und wir konnten auch schnell hier eine neue Version erhalten. Wie skalierbar ist G-Meter denn? Und worauf muss man bei der Skalierung achten? Insbesondere im Bereich hoher Benutzerzahlen? Wenn ich erstmal den Einzelplatz betrachte, ist halt der größte limitierende Faktor die Java Virtual Machine. Da haben wir halt öfters zu kämpfen gehabt, sodass wir da meist nur Szenarios von 30 bis 500 virtuelle Users erreichen konnten. Und da war dann meist Ende. So sehe ich halt, dass wir da halt eine Limitierung haben, die man dann durch Skalierung, Parallelisierung dann ändern kann. Was ist denn so das Maximum, was auf einer Maschine so an virtuellen Usern eingestellt sein kann? Ja, ich finde es lustigerweise, dass es die technische Grenze eines Integers ist. Also die 2 Milliarden, 100 Millionen, die da der Integer gibt. Aber tatsächlich ist es natürlich geringer. Wie ist das denn, wenn man jetzt mehr als 30 bis 500 User simulieren möchte? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, was man dagegen tun könnte? Ja, hier bietet Chainmeter eine Master-Slave-Konfiguration an. Das heißt, ich kann viele Instanzen parallel schalten und über einen Master steuern. Und das habe ich persönlich auch schon häufig durchgeführt, sodass ich dann auch zum Beispiel 30 Slaves parallel betrieben habe, um dann diese Grenzen zu erhöhen. Und für eine Open-Source-Lösung, für Last-Tests, was braucht man denn da außer G-Meter noch so? Ja, eigentlich im Grunde ganz wenig. Man hat ja Chainmeter und der Unterbau Java. Den reicht eigentlich zur Automatisierung. Aber man kommt natürlich jetzt in der Cloud-Lösung an anderen Tools, die jetzt cloud-spezifisch sind, nicht vorbei. Also Terraform, Ansible, bei uns Influx-Datenbanken zur Datenspeicherung und Grafana zur Darstellung. Ja, und da merkt man schon, das kann relativ schnell recht komplex werden. Was meinst du damit? Wenn man da so eine riesige Vielzahl an Tools hat, dann muss man sie auch bedienen können irgendwo. Und das heißt, wenn man jetzt Last-Tests durchführen möchte, Open-Source-Last-Tests, dann muss man sich schon relativ in die Breite in die Tools einarbeiten, um überhaupt erstmal mit Last-Tests anfangen zu können. Was ist eine Influx-DB und wie hängt eine Influx-DB mit G-Meter zusammen? Eine Influx-DB ist eine Seitreihen-Datenbank oder Time-Series-Database. Das ist ein Datenziel für das Reporting. Also ich schreibe dort die Daten zur Auswertung oder der späteren grafischen Aufbereitung hin. Es läuft dann über sogenannte Listener in G-Meter, die das Wegschreiben übernehmen. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, über diese Zeitreihen-Daten zum Beispiel ein Live-Reporting zu erstellen und dann eine zeitnahe Einschätzung des Verlaufes des Performance-Tests zu geben. Dann, um das überhaupt wirklich darzustellen, ist ja nicht nur die Datenbank notwendig, sondern eine grafische Darstellung. Wir nutzen da gerne Grafana. Das ist auch eine Lösung, die vorgefertigte Grafen für allerlei Lasttest-Auswertungen liefert und eine flexible Lösung und Erweiterbarkeit bietet für die Grafen. Wie schlägt sich G-Meter denn jetzt im Vergleich mit zahlungspflichtigen Tools? Können zahlungspflichtige Tools mehr als die vorgestellte G-Meter Open-Source-Lösung? Also ich sehe bei zahlungspflichtigen Tools meist, dass das halt aus einer Hand kommt, vom Scripting, auch meist GUI-basiert, über die Ausführung, die Skalierung und das Reporting. Das ist natürlich in der Open-Source-Welt etwas anders. Da hat man für jede Anforderung spezialisierte Tools. Für das Scripting G-Meter oder für das Reporting Grafana. Aber das ist dann der Unterschied. Wenn ich jetzt aber speziell bei G-Meter das anschaue, finde ich sehr positiv, dass die eine GUI-Bedienung zulassen und damit im Vergleich zur meist anderen Lösung in der Open-Source-Welt hier einen einfachen Einstieg gewähren. Alle anderen, finde ich, sind sehr entwicklungsnahe Lösungen und in der Implementation dort etwas aufwendiger. Aber so kann ich dann in anderen Lösungen halt sehr stark im Quellcode arbeiten und schreibe dort Performance-Tests quasi wie einen Unit-Test. Was ist Q-Load? Das ist eine Cloud-basierte Lösung der Kriteria für Last- und Performance-Tests mit Open-Source-Tools. Wie kam es denn zu Q-Load und wie hat es sich seit der ersten Idee entwickelt? Die Kriteria hatte sich in der Vergangenheit schon lange mit G-Meter beschäftigt und Projekte damit abgewickelt. Und vor knapp über einem Jahr entstand die Idee zu einem eigenen Tool zur einfachen Skalierung von Last- und Performance-Tests auf einer Open-Source-Basis. Und wie so ein eigenes Tool? Waren die bestehenden Lösungen nicht skalierbar? G-Meter im Grunde ist skalierbar durch den Master-Slave-Ansatz. Aber die Rüstzeiten im Aufbau sind sehr groß für eine solche Lösung und man muss daher alle Slaves einzeln hochfahren und diese mit dem Master verheiraten. Das dauert. Und wie ging es dann weiter? Ja, daraufhin hatten wir mit dem Frank Thomas eine erste Lösung mit G-Meter in der AWS entwickelt, sogar Frank in einem unserer Webinare vorgestellt. Und diese Lösung entwickeln wir jetzt inzwischen immer weiter, sodass wir zukünftig immer einfacher werden und auch die Kunden in kurzer Zeit ihre Last- und Performance-Tests eigenständig ausführen können. Und woraus besteht jetzt das Q-Load? Kurzum sind dies G-Meter-Agenten in der Cloud. Natürlich bietet es noch einiges mehr, neben der Ausführung von einfachen Tests. Lassen sich auch Tests damit skalieren, also parallelisieren, indem ich die Leistung der Agenten erhöhe oder aber auch mehrere Agenten parallel starte. Es ist darüber hinaus noch eine Lösung, damit die Kunden auch Anbindungen in ihr eigenes Netzwerk, also über VPN, bekommen. Sie können ein Reporting erhalten, ein Monitoring der Agenten und sie haben die Möglichkeit, dort ihre Skripte zu entwickeln auf virtuellen Desktops. Und da Q-Load ja kostenflächlich ist, was ist denn der Mehrwert für den Kunden? Also ich sehe halt neben einer runden Lösung erhält hier der Kunde von uns den Support dazu, die Unterstützung und die Expertise und wir haben halt hier unsere ganze Erfahrung aus vielen Projekten einfließen lassen. Was ist denn da bei der Verteilung von Last auf Lastgeneratoren zu beachten? Ich muss bei meinen eigenen Agenten darauf achten, dass sie selbst nicht so ausgelastet werden, damit das Ergebnis nicht beeinflusst wird. Somit müsste ich hier mit Ramp-Abzeiten agieren, die die Last langsam erhöhen und damit den eigenen Agenten nicht so sehr beanspruchen. Dazu kommen aber auch natürlich konkurrierende Zugriffe, die entstehen. Also beispielsweise, wenn zwei Agenten mit dem gleichen Nutzer arbeiten, kann das das Ergebnis beeinflussen oder sogar verhindern. Also hier müsste man Konzepte mit dem Umgang von Testdaten entwickeln und beim Verteilen der Lastgeneratoren und der Skripte auf die Agenten zum Beispiel in Q-Load darauf achten, dass diese nicht die gleichen Daten nutzen. Also wir haben hier eine Lösung, die zum Beispiel in Q-Load ein Subset aller Logins auf einzelne Agenten verteilt und somit das Problem umgehen. Für die Stakeholder ist das Reporting über die Lasttestergebnisse wichtig. Dabei sind Vergleiche zwischen Messungen verschiedener Läufe notwendig. Wie löst ihr das? Also Chemeter bietet hier nur eine eingeschränkte Möglichkeit, mit dem HTML-Report zwei oder mehrere Läufe zu vergleichen. Da sehe ich bei vielen SAS-Anbietern schon eine größere Reporting-Möglichkeit, die es in ihren Engines gibt. Also beispielsweise Octopath bietet da etwas. Bleibe ich aber bei Chemeter, sehe ich da ein schönes Tool, das nennt sich JTL-Reporter. Das Tool kann man als Stocker-Container-Komposition, also als Verbund mehrerer Container, bekommen. Und hier kann ich mehrere Testläufe importieren, miteinander vergleichen, auf verschiedene Art und Weise. Also ich bin Fan davon. Ich bin auch ein Fan davon. Ich habe noch gar nicht richtig damit gearbeitet, aber die ein, zwei Probleme, die ich da ab und zu mal hatte, wenn ich die angesprochen habe beim Entwickler, der hat so schnell geantwortet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ach ja, und was mir noch einfällt, etwas Kurioses. Ich habe schon mal den Blazemeter-Listener eingebunden in Chemeter und habe dort über Blazemeter die Reports darstellen lassen. Auch mal was Lustiges. Ja, zum Abschluss noch die Frage, hättest du für uns auch Buchempfehlungen? Ja, ich habe da ein ganz besonderes Buch gefunden, das mal einen anderen Blick auf dieses Thema wirft. Das nennt sich The Hitchhiking Guide to Load Testing Projects von Leandro Melendez oder auch einen anderen Namen Senior Performer. Hiermit wird auf witzige Art und Weise durch die Phasen eines Performance-Projektes geführt und Unterstützung bei den komplexen Themen gegeben. Ja, danke schön für diesen Buchtipp. Ja, vielen Dank Moritz für die ausführliche Darstellung des Themas Lasttest mit Open Source Tools und Sebastian, auch Dank an dich für die ergänzenden Fragen. Du hast ja selber schon Erfahrungen gewonnen in dem Thema. Ja, danke Moritz für das Gespräch, ist man sehr informativ. Ja, ich kann den Dank nur zurückgeben, dass ich diesen Rahmen hier des Podcasts mein Thema Lasten Performance Test vorstellen konnte und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Dankeim. Bis zum nächsten Mal.